So, wollen wir gleich rüber rennen, ne? Können wir zu deinem Platz, wo du die Gesell platzierst. Du bist schon dort? Kommt was gerannt? Stefan, sprich mit mir. Na gut, dann schieße ich jetzt. Stefan? Ja, ich bin am Haupteingang. War ich gemutet? Oh, fuck, Entschuldigung. Ich bin gleich am Haupteingang, schon eine ganze Ecke weiter vorne. Also ich bin nicht mehr bei dir. Hast du schon platziert? Ne, ich bin ja noch nicht ganz dort. Ich bin da, wo die ganzen Zelte auf dem Parkplatz stehen, wo der LKW auch steht. Okay, hier hinten ist was gerannt. Du musst aufpassen. Okay. Kommst? Ne, ne, ich bin noch hinten. Ich sag Bescheid, wenn ich komme. Fuck. Was denn? Nein, 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 nein. Alter. Ach, leck mich doch am Arsch hier. Bist du tot? Scheißspiel. Bist du tot, oder was? Ne, noch nicht, aber ich bin gerade am Verbluten, ja. Aber hast du platziert, oder? Ne, er hat mich ja gestört. Ach so. Brauchst du Hilfe? Hast du ihn umgelegt? Ja, ja. Okay. Ich bliege jetzt hier mal noch in Grünscheiben, ich muss schnell in mein Bein dran tackern. Ja. Die Arme müssen jetzt halt schwarz bleiben, ist mir egal. Oh, auf die Berge schossen hier. Lass mich doch in Ruhe. Oh nein. Brutin. Ich bin tot. Ach, leck mich doch am Arsch. Oh, du hast platziert. Er schießt immer noch. Das ist so sinnvoll sehr. Kriegt sich gar nicht wieder ein. Das Fallspiel da, komm, hör doch auf. Ist es wieder oben in der Scheibe drin, oder was? Ich habe gleich keinen Bock mehr. Ach so. Ich renne mal rein. Vielleicht sehe ich ihn ja oben sitzen. Ohne, er lag auf diesem Sendemast da oben. Auf diesem Werbeding. Kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht. Mhm. Kein Mensch weiß, ob es wieder oben oder unten ist. Bin ich jetzt hier richtig, sag ich mal? B. 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 Das war's. Die Sounds gehen mir richtig hart auf den Sack, Alter. Ich höre die Leute drin und denke mir jedes Mal, die stehen gleich neben dir. Alter. In der Sound-Hölle, Junge. In der Change ist die Sound-Hölle. Hauptsache beim Klippen fliegen mir die Ohren weg. Ja. Was ist hier los? Was in dem Laden drin, wo ich hin muss. Was? 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 Schön in den Rücken geschossen. Was ist da hinten los? Was? 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 Vielen Dank. Ich hoffe, es war in der Zeit. Nach Jamming war das genau. Wo ist es denn? Hier unten. Oh ja, oh ja. Komm, einer noch. Stürz dich hier runter wie so ein Wahnsinniger und lass dich von meinen Gugeln umspülen. Alter, was sind das für Geräusche hier? Ich blick nicht mehr durch. Waren das zwei oder was? Weil einer steppte irgendwie weiter weg und einer war hier wieder auf Holz. Im Laden scheinbar. Keine Ahnung. Alter, was ist denn hier los? Ein Berufsverkehrgänger. Die fahren ja ein und aus, die Leute. Und hier hinten hatte ich doch auch unter der... Ah, das hat vielleicht reflektiert. Weil ich hatte vorhin unter dem Container hatte ich Minusreuer gesehen. Schießt einer hin. Oh. Okay. Okay. Ich habe keine Munition mehr im Magazin. Was macht der? Schau, wenn es sein oder was? Skev randaliert hier an seiner Bude. Kann man ja mal machen, ne? Hat lange Weile. Mal kurz gucken. Jamming. Oh ja. Ich brauche bloß noch einen. Ich glaube jetzt, mittlerweile dürfte die Zeit abgelaufen sein. Mal kurz gucken, ja. Mal kurz gucken. Kapital Amersbacher, grüß dich. Oh, halbes, halbe Minute. Die Quest, ja. Ah, hör auf. Stefan hat wenigstens schon seine zwei Gesellsplatz hier draußen. Ja, wahrscheinlich den anderen Pumps halt auch schon mit. Ach so. Ja, das mache ich nicht. Ich muss ja doch eh entkommen. Siebenmal entkommen. Das mache ich alles gediegen. Ach, du hast alles schon mitgeschleppt. Aber du Wahnsinniger. Ich hätte gerne meine Beute noch rausgeschleppt. Aber die Skeftspieler kommen ja schon wieder an wie die Aßgeier. Ich glaube auch, da ist kein Stein mehr auf dem anderen. Da ist nichts mehr zu holen, Junge. Alter, was war mit ihm nicht in Ordnung, Junge? Jetzt geht man auch die Munition aus. Und jetzt geht es. vier minuten ich hoffe jetzt schimmelt ja keiner mehr unwahrscheinlich aber nicht unmöglich das erste mal entkommen von sieben brauche ich nur noch einen totschießen da drin und dann habe ich die quest auch fertig ich hätte mich vielleicht mal ermutiger anstellen sollen den einen hätte ich vielleicht auch noch kriegen können aber auch hätte hätte was willst du machen die bärs und die brauche ich auf euch auf light house